Es geht mal wieder zu Ende, meine Damen und Herren. Und dass es zu Ende geht, das Jahr, das erkennt man heute zuverlässig nicht mehr an Dinner for One oder am schlechten Wetter, sondern daran, dass die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres verkündet. Nach langen Debatten, ausufernden Diskussionen unter Aufbietung der letzten Ressourcen haben sie es wieder gestemmt. Das Wort des Jahres 2010 lautet Wutbürger. Eine gute Wahl. Ein blödes Wort. Wutbürger sind die Leute, die sich laut und öffentlich empören. Gegen neue Bahnhöfe demonstrieren, gegen Kernkraftwerke, die Bürgerinitiativen gründen gegen Hochspannungsleitungen im Vorgarten oder gegen die Windradmafia. Sie mischen sich ein, sie gehen auf die Straße, sie tun also genau das, was in einer Demokratie üblich ist. Das Wort Bürger wäre völlig ausreichend. Der Wutbürger ist sprachlich ein Fahrauto, ein Haarfriseur, eine Art Weissschnee. Und es spricht nicht gerade für die Schlaubürger bei der Gesellschaft der deutschen Sprache, wenn sie kein Deutsch mehr können. Ein Falschfehler. Gut, kann passieren, kann mal vorkommen. Neues Jahr, neues Wort. Bis dahin, liebe Seebürger draußen an den Geräten, wünsche ich Ihnen als Ansagebürger hier drinnen schöne Feierfeste. Ein Podcast von daserste.de